Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play, Blood Moon, Elder Scrolls, wisst ihr, Bescheid hier. Warte, wo müssen wir hin? Nordwesten. Also dahin. Mir muss es eine Dichtung geben, wo ich theoretisch diese Samen pflanzen kann. Nehmen wir mal an, das ist hier irgendwo. Oder... Es sieht aus wie eine Lichtung. Also hier ist irgendwie nichts mit Dingen... Hey, da ist eine Höhle. Mal gucken, wo es da hingeht. Ah? Fjell. Wow, was bist du denn? Ein fürchterlicher Gral. Hat dir irgendwie viel gebracht, nicht wahr? So fürchterlich zu sein. Mein Umbra-Schwert hätte ich trotzdem klein gehackt. Ah, tut das gut. Sinnlos irgendwelche Leute verprügeln. Das macht doch Spaß wie nichts. Hey, fürchterliche Gral. Hab Angst vor mir. Ich weiß nicht, ob ich hier hin muss, aber ist mir auch egal. Ich meine, es macht ja keinen Spaß, immer nur die ganze Zeit rumzulaufen und nichts zu tun. Ich möchte auch mal ein bisschen Action. Ich will Leute tönen. Boah, was ist das? Das sieht ja voll mystisch und magisch aus. Und so. Ich kann es nicht verprügeln. Schade. Hey, noch einen. Gral. Sogar drei von denen. Uh, und irgendwie. Hallo? Na, dann nicht. Du möchtest nicht reden, dann musst du sterben. So einfach ist das hier. Genommen. Was ist das? Ausdauertrank. Da mach ich ja mal meiner. Oh, so viel Zeug. Toranschlüssel. Und. Ähm. Schrott. Schrott. Dafür bin ich jetzt hierher gelaufen. Danke für gar nichts. Was ist das Weiße da an der Wand? Ohohohohohoh. Blutige Notiz. Das ist auch nur Schrott. Warte, gucken. Was steht auf der blutigen Notiz drauf? Ich will es jetzt ganz genau eigentlich seltsam sagen. Äh. Blutige Notiz. Da. Da. Ah. Naja. Rasten könnte ich. Bisgeheimt. Voll stark. Äh. Geschick. Nein. Geschicklichkeit. Konstitution. Unglück. Natürlich. Ich bin voll der Meister der Geschicklichkeit. Und so. Weißt du Bescheid. Und jetzt einfach mal back to Dingenskirchens. Oh. Oh. Immer noch auf der Suche nach dem unglaublichen Dingenskirchens. Äh. Äh. Ah. Oh Gott. Jetzt wieder zurück. Spannende Suche. Öko-Fuzzis vor der Wende. Oh. Hey. Im Fernsehen läuft gerade die. Folge von How I Met Your Mother mit den Dreier und so wie es aussieht. Oder so. Hey Skelett. Ich bin im Stuhl hier reingekommen. Silberkortschwert. Nice. Äh. Stein ist hinter mir. Nordwesten. Guck. Ich muss doch irgendwo dann. Irgendwas kommen von wegen. Du bist so gut. Greenpeace ist stolz auf dich. Äh. Ja. Du hast jede Menge Leute getötet und so. Weißt du Bescheid. So. N1. Äh. Komm schon. Schau mal auf die Karte. Ist doch irgendwo irgendwas. Nee. 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 Nicht wohl Garf sind. Aus dem Haus und hier. Das war sowas von Knicken. Ach. Komm. Und so weit weg von diesem Stein kann das Ding doch gar nicht sein. Oder? Ich glaube es wäre. Äh. Ich meine jetzt muss ich irgendwo irgendwelche Hinweise darauf geben. dass hier irgendwo irgendwas mal war. Okay. Noch einmal. So. Und da ist der Stein. Und ich drehe mich jetzt. Das ist nicht euer Ernst. Oder? Ja. Toll. Toll. Direkt nebenan. Jo. Jo. Wo gehen wir jetzt hin? Zu welchem Steinchen? Position der Steine. Äh. Fehlt noch. Ja. Ich glaube ich nehme zuerst den im Süden. Äh. Go. Imba. Stiefel mit denen ich immer noch mehr sehe als. Wann anders. Und. Jo. Ich bin so cool. Ich bin so schnell. Nichts und niemand kann mich aufhalten. Nichts und niemand. Komm mal was da wolle. Außer vielleicht ein Baum. Äh. Ich muss weiter nach hier. Schneller Noob. Schneller Noob. Ich weiß nicht ob ihr was seht. Ich sehe was. Ich kann nur irgendwie ganz gut was erkennen hier. So. Und da sind wir auch schon. Sonnenstein. Gehe gehen im Westen und befreie die Wärme. Sonne aus den Penumbra-Hallen. Warte. Wo soll ich hingehen? Westen? Osten? Äh. Westen. Also. Die Richtung. Dö-dö-dö. Dö-dö-dö-dö. Stirb. 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 Es ist nice, so schnell zu sein. Das muss ich zugeben. Spielt sich alles viel angenehmer. Weiter nach Westen. Nice. Schon da. Okay, hier ist es jetzt Arsch-Stunke. Ist wirklich Arsch-Stunke. Tagbuch wohl aktualisiert. Naja, nicht jedes Licht. Ein bisschen Licht. Wenigstens leuchten deine Augen, doofes Ding. So kann ich wenigstens sehen, wo ich hinschlage. Beziehungsweise wem ich auf die Fresse gebe. Tut mir leid, falls ihr nichts sehen solltet. Ist mir egal. Nein, ist mir eigentlich nicht egal, aber... Was soll ich denn da jetzt machen? Ich denke mal, mein Dingenskirchen sollte schon wieder etwas Ladung haben. Schaut nur, wie langsam das zuschlägt. Das macht zwar jede Menge Feuerschaden, aber es schlägt so langsam zu. Mit dem anderen Ding könnte ich schon fünfmal zugeschlagen haben. Gut, das will ich abgefackelt haben. Außerdem ist das nur noch... Ja, eigentlich gar nicht mehr haltbar. Gut, jetzt kann ich wieder das andere nehmen. Was macht das? Lähmung. Das hat eindeutig mehr Schaden gemacht. Also, damage over time zumindest. Enthauptet. Ich sagte, enthauptet. Ach! Warum bist du denn so schwarz, doofes Ding? Oh, Balls. Grabteer. Nice. Komm, bist du so vorderstrahlig. Yeah, ich strahle regelrecht. Hey, was ist das? Wah! Schau, wie ich dich verprügle, doofes Ding. Ha, ha, ha. No chance against me. Saka. Was hieß das? Kann ja sein, dass ich immer heller werde. Hier mehr von diesen Typen, die ich töte. Beziehungsweise je weiter ich hier voran rücke. In diese Höhle. Stürb, 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 stürb. Tote. Tod und Verderben. Das einzige, was ich mir für dieses Gefühl erwünsche. Hey, da hinten liegt was. ob das wichtig ist, ob ich es nehmen kann. Ich werde es erst erfahren, wenn ich dich hier getötet habe. Und tot. Sag ich doch. Tot, meine ich ja. Beutel. Alles nehmen. Beutel, alles nehmen. Beutel, alles nehmen. Beutel, alles nehmen. Klitzertruhe. Beutel, Beutel, Beutel. Okay, hier geht es nicht weiter. Dann auf in die andere Richtung. Das scheint zu stimmen. Ich werde heller, oder? Oder ist es einfach nur meine natürliche Helligkeit? Muss ich die Teile hier anzünden? Also ich weiß es gerade nicht. Das verwirrt mich. Und ich werde angeschrieben. Während ich hier mal schön A drücke, gucke ich... Okay, und los geht's. Weiter, los. Immer weiter voran hier. Ich werde diese... Ah, toll. Anscheinend brauche ich doch irgendeinen... Flammen... Basierten... Schaden... Irgendwas. Habe ich ein Feuer, Ball, Schaden... Infravision... Mal gucken. Ne, irgendwie nicht. Doof. Irgendwie uncool. Verdammt uncool. Das saugt irgendwie. Vielleicht habe ich Glück und ich muss nur ein einziges anzünden. Und ich habe zufälligerweise eine Schriftrolle des... Irgendwas dabei. Denn dann könnte ich... Ah... 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 What? Nach vorne. Nach vorne, Noob. In die Finsternis hinein. Ah... Ah... Kiste. Vielleicht gibt es in diesen Kisten irgendwas. Aber ich will sie nicht aufmachen. Ihr versteht meinen Konflikt. Möglicherweise sind das alles... Fuckin. Äh... Die ich jetzt finden muss. Nein, da hinten ist so ein Dings. Ah... Da-da. Dö-da-da-da-da-da-da-da-da. Dö-da-da. Meine Fresse. Du mir jetzt um einiges mehr aus als... ...deine Geschwister. Deswegen... Warte jetzt das mein... Nee. Ach, ich habe einen Regen... Ja, komm schon. Warum regeneriere ich dann so wenig? Naja, wenigstens regeneriere ich mehr als er. Au. Einfresser. Der tut verdammt weh. Das muss ich ihm lassen. Stirb. Stirb, Riesending. Du kannst mich nicht besiegen. Doch, vielleicht kannst du es doch. Au. Ja. Verzweiflungstat. Tod. Tod. Helles Auge des Lichtbebares. Ha. Mitgenommen. Und hier hinten gibt es jetzt... Baas? Gegen die Eiswand werfen. Ja. Ha, ha, ha. Bin ich gut. Wow. Imbar-Licht. Jetzt sollte ich zu Sonnenstein zurückkehren. Äh. Was gibt es hier drin? Die Eiswand ist zerfallen. Nice. Hätte ich jetzt nicht gesehen. Aber okay. Ich denke mal, das reicht auch dann für heute. Ich wünsche euch dann noch was Schönes und bis zum nächsten Mal. Euer Derfer. Ciao. Hallo. Bist du mit dir.